Ja, immer wenn die Musik kommt, dann heißt es, wir kommen Österreich jetzt praktisch aus. Ist es schon soweit? Du meinst, ob du jetzt endlich die Ice Bucket Challenge annehmen kannst? Sehr gern, mein Lieber. Sie erinnern sich, wir sind ja von Stefan Petzner, von Streichholzkopf Petzner nominiert worden. Und um auf die verheerenden Effekte der UV-Strahlen aufmerksam zu machen, wollen wir statt der Ice Bucket Challenge die Carrot Bucket Challenge ausrufen. Nächste Woche sehen wir uns wieder im TV-Studio, wie gewohnt. Unsere Gäste werden sein der Schauspieler Gregor Bloeb und der Rapper Nazar. Wir haben überhaupt hervorragende Gäste in der Herbstsaison, unter anderem Alfons Haider. Aber auch Herbert Grönemeyer, freu ich mich sehr. So, Sternmann, es ist soweit. Carrot Bucket Challenge. Wer die kürzere Karotte zieht, muss sich den Kübel aufsetzen. Nur oben schauen, bitte. Okay. Ha, scheiße. Ich muss es tun. Gut, dann darf ich sie rüberreichen. Habe ich ja Glück gehabt. Ah! 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 Bitte. Ich freue mich richtig drauf. Ach, ich bin stolz auf ihn. Gut gemacht, Grönemeyer. So, jetzt noch zum Abschluss die lässigsten Musik-Acts von 2014. Machen Sie es gut. Bis nächste Woche. Wir sehen uns. Servus. 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 Servus.